Also formal ist es so, dass wir Deutschen natürlich mehr Abgeordnete haben, weil dies bezogen ist auf die Einwohnerzahl. Wir sind ein großes Land. Und formal ist es auch so, wenn die Staaten zusammensitzen, ähnlich wie in Berlin beim Bundesrat, also wo die Länder tagen, dann hat Deutschland mehr Gewicht, weil dort auch nach Einwohnerzahl zweimal gezählt wird beim Abstimmen. Ja, wir haben also mehr Gewicht. Aber Thomas, ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir weniger über Wirtschaftsstärke und irgendwie solche Fragen reden, sondern ich würde mir wünschen, dass wir über gute Argumente reden, weil ich habe viele kleine Länder erlebt, die verdammt gute Argumente in der Sache haben und deswegen auch gehört werden sollen. Das heißt, Europa ist nicht die Macht des Stärkeren, die Macht des Großen, sondern ist die Kraft des guten Argumentes. So würde ich mir das wünschen.